Ja, ich bin tot. Ist ja auch irgendwie... Ist ja nicht unfair oder sowas, ist ja gar nicht... Ja, toll. Hallo und wieder herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Bad Wars. Wir spielen heute wieder auf dem Server. Komm. HD. Und ja. Ähm. Kann ich... Hey, warte mal, ich versteh's grad nicht. Das hab ich hier jetzt gemacht. Ich suche... Quick Bad Wars damals doch. Da bittisch. Ja, so. Hier sind wir jetzt... Und du spielst Quick Bad Wars. Yeah. Hey. Und ähm... Ich glaub 48 Sekunden geht das... Außer... Die dreht jetzt mehrere bei. Ich bin rot. Und dann bin ich gelb. Warum? Pink nehme ich nicht. Ne, ich nehme schwarz. Team schwarz bin ich. In 15 Sekunden startet das Spiel. Also... Bums... 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 Oh! Quick Bad Wars hätte ich nicht gedacht. Ah. Wie machen die anderen fertig? Ah. Wie war's mal nicht? Team Team Team. Bum. ै, hab ich jetzt ganz los zu gucken. Ah, jetzt erst mal die Blöcke. Scheiße, mein Bild ist weg. Was war das? Das ging ja richtig schnell. What the fuck, Alter, ging das schnell. Aber ich mach jetzt nochmal schnell Verbindung trennen. Ne, da wollte ich nicht hin. Und wir gehen jetzt nochmal schneller auf Komma HD, weil ich wollte eigentlich nicht dieses Quick Bad Wars. Ich wollte eigentlich ein anderes. Ich wollte ein normales Bad Wars. Damals doch. So, jetzt sind wir richtig. Das wollte ich. Und dann muss ich wieder mein Team wählen. Ich bin Team Rot. Was soll ich ein anderes nehmen? Wow. Köpfe, nein, die Köpfe rollen. Guck sie mir mal alle an. Ja, in 20 Sekunden geht es dann auch schon los. No. No. No, wo du nicht geköpft? Bad Wars, Caval. Ja. als ob ich bin der einzige spieler in meinem team klar voll fair gell muss ich denn überhaupt hin muss doch darüber und gibt noch ein paar blöcke her doch die letzte schicht kommt drauf das ist nicht den ihr ernst als ich der einzige bin warum bin ich der einzige aus dem roten Team das kriegt mich gerade so richtig auf scheiß ich komme schon scheiß ich bin tot ja ich bin tot ist ja auch irgendwie ist ja nicht unfair oder sowas das ist ja gar nicht ja toll das ist ja überhaupt nicht unfair gell kein bisschen oder so so was gab es denn noch ich mach doch nochmal quick bad boss das würde ich eher nochmal spielen irgendwie habe ich da nochmal Lust drauf das will ich nochmal machen das habe ich noch nicht gespielt gehabt boah jetzt leckt es aber kurz boah jetzt leckt es aber was war denn jetzt gerade los was war denn jetzt gerade los so 30 Sekunden noch ok könnte auch sein dass man kurz die Aufnahme gespackt hat so ich bin Team Blau ich hoffe ich habe nicht ganz ob ein teammate das ganz ok ist wo ist denn unser Bett eigentlich wo bin ich blind oder wo ist unser Bett ach da ist es shit toll ich wurde runtergeschmissen toll ja mein teammate ist auch tot das ging aber jetzt relativ zügig aber ich will aber nur sagen ich beende an dieser Stelle mal die Folge weil es ist einfach jetzt gerade ich habe kaum Zeit heute irgendwie deswegen mache ich heute mal eine kurze Folge ich und jetzt sage ich es ist zwar eine kurze Folge aber wenigstens habe ich eine Folge gemacht trotzdem danke für's zu sehen bis dann ciao chau ho